Willkommen zurück zu FIFA 17, unserem Let's Play und ich möchte mit euch jetzt ein weiteres Freundschaftsspiel spielen und zwar eines, was sich ja irgendwie fast schon ein bisschen abgezeichnet hat im ersten Part, denn da haben wir ja zum Beginn auf Halbprofi gegen den HSV gespielt und jetzt werde ich das Ganze tatsächlich auf Legende machen. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich das wohl eher nicht machen sollte, aber halten wir uns daran? Natürlich nicht. Zu dem Zeitpunkt weiß ich immer noch nicht genau, was eure Tipps bzw. Vorschläge sind, mit wem ich gegen wen spielen soll, aber die erste Folge sollte morgen online kommen und dann werde ich auf jeden Fall mal sehen, was so eure Vorschläge sind. Jetzt also Werder gegen den HSV. Das ist auf jeden Fall die Gelegenheit für unsere Nord-Rivalen, sich für das erste Spiel zu rächen, weil ich bin wahrlich kein Mega-Profi, was FIFA angeht. Kein totaler Anfänger, aber eben halt auch alles andere als ein Profi. Gut, Trikots sind gewählt. Ab ins Teammanagement. Jetzt könnte die Aufstellung, die Taktik auf jeden Fall sehr wichtig, wenn nicht sogar entscheidend sein. Ich will kompakt stehen im 4-2-3-1. Taktiken sollten wir auch uns überlegen. Standard. Konter. Das Team wird versuchen, in der Verteidigung tief zu stehen, Druck zu unterbinden und mit mehreren Spielern hinter den Ball zu kommen. Und so weiter. Hoher Druck können wir auch spielen. Ballbesitzfußball, langer Ball oder eine eigene Taktik. Und ich will mal mit euch hier auf Konter spielen. Auf Kontersituationen lauern und versuchen, den HSV so Schaden zuzufügen. Ob das so klappt, schauen wir mal. So, ähm, die Aufstellung. Da müssen wir uns auch klug anstellen. Ganz vorne sollte erst einmal Kruse beginnen. Pizarro sollte Joker spielen. Klingt verschwenderisch, aber in der Aufstellung, die ich hier anwähle, kann man eben halt nur mit einem Störmer spielen. So. Reintun wir mal Bargfrede für Pizarro. Und tauschen wir mal durch. Bargfrede und Barthilds natürlich. Sodass wir auf der Doppel-6 Bargfrede und Clemens Fritz haben. Ähm, im Offensiv-Mittelfeld Junuzovic. Links Kainz, rechts Barthilds. Also schon schnelle Leute. Max Kruse vorne drin. Und in der Verteidigung Garcia, Moisander, Sané, Selassie. Im Zor dieses Mal Felix Wiedwald. So, nochmal eben kurz schauen, ob wir noch was machen sollten. Gnabry kommt auf die Auswechselbank für... Äh, Falu Dian. Gut. Und so können wir das eigentlich erst einmal lassen. Denke ich. Ja, ich denke schon. Gut. Dann bin ich selbst mal gespannt, weil allzu oft spiele ich nicht auf Legende. Wir spielen dieses Mal wieder vier Minuten. Bei bewirktem Wetter anscheinend Schiedsrichter ist Jascha zur Heide. Interessant. Wir beginnen mal. Ich hab den Kommentar, glaub ich, ausgeschaltet, oder? Ich hoffe mal ja. Weil wenn nicht, dann reden gleich tausend Leute querbeet. Das wär ja auch doof. Aber ich hab's gemacht, da bin ich ziemlich sicher. So zu 98,3%. So. Der HSV gegen Werder. Beim ersten Mal haben wir das ja umgekehrt gemacht, glaub ich. Da waren wir, das Heimteam. Immerhin das Originalstadion. Das Volksparkstadion, wenn ich mich nicht ganz irre. Da findet das Spiel statt. Es fehlt immer noch, dass das Weserstadion in FIFA eingebaut wird. Das wird allerhöchste Zeit, oder? Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. So. Die Mannschaften kommen aufs Spielfeld. Im Fokus Kostic und Max Kruse. Kostic, der Neuzugang beim HSV von dem VfB Stuttgart. Der ja unfassbarer Weise dann doch abgestiegen ist. Obwohl es ja in der letzten Saison bis, ja, also nach zwei Dritteln der Saison, war der VfB doch fast im sicheren Mittelfeld. Bis dann der Abstieg immer näher und näher rückt und nicht mehr aufzuhalten war. So, ich denke mal, unsere Startelf kennen wir ja schon. René Adler sehen wir nochmal. Und dann geht's mal los. Die Kugel rollt. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das hier zumindest ohne Gegentor beenden kann. Lasaga, Halilovic. Lasaga. Müller, gut, verteidigt. Dann der Schlussversuch. Moisander. Bargfrede. Clemens Fritz. Sadko Junuzovic. Außen läuft Kainz. Und der ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Läuft mal zur Grundlinie. Flankenchance. Aber den Ball gut weggeschlagen. Gibt's einen Wurf für uns immerhin. Wenn wir angreifen, kann's der Gegner nicht. Das ist sehr einfach. Und logisch. So, Kainz. Ballverlust gegen Sakai. Den Ball wollte ich passen, aber der Pass kam nicht an. Beziehungsweise irgendwie konnte ich gar nicht passen. Holtby. Fehler. Moisander. Lamin Sané. Theo Gebrselassi. Bargfrede. Fritz. Eine Pirouette. Dann der zu Kainz. Vieles über Kainz. Aber jetzt der Einwurf für den HSV. Nektal. Sakaila Zogga. Okulai Müller. Hektal Müller. Gut gespielt. Halilovic. Und Garcia. Also bisher noch keine großen Chancen im Spiel. Das ist, äh, durchaus positiv. Weil so eben halt auch nichts für den HSV entsteht. Flankenversuch. Aber Wittwald ist da. Langer Abwurf Richtung Finn Bartels. Tio Selassie. Oh, das war gut gegrätscht. War noch kein Foul bisher im Spiel. Halilovic. Ektal. Ektal gut von Garcia. Aber gibt die erste Ecke im Spiel für den HSV. Luis holt B. Oh, der ist gut. Aber knapp neben dem Tor. Die nächste Ecke habe ich so gar nicht gesehen. Aber anscheinend Ecke. Die ist nicht gut. Bargfrede. Und wieder Florian Kainz. Gibt's einen Wurf für Werder nach 26 gespielten Minuten. Also da gab's eben doch schon die erste Riesengelegenheit. Clemens Fritz. Oh, das war ein schwerer Fehler. Kein guter Pass. Kostic. Oh, das ist zu einfach hier. Der Ballgewinn. Und Pfosten. Und dann weg. Irgendwie weg. Die nächste Riesengelegenheit. Kruse. Kainz. Irgendwie befreien. Aus dieser müstlichen Lage hier. Sakai. Ballgewinn. Zu Nikolai Müller. Halilovic. Setzt sich dazu einfach gegen Garcia durch. Sakai. Der HSV-Druck wird bedeutend stärker. Und da war's wieder knapp. Boah. Also. Hier brennt die Hütze bis hierhin. Selassie. Schlip. Park. Freda. Junusowitsch. Clemens Fritz. Und jetzt vielleicht mal zu Kainz. Junusowitsch. Junusowitsch. Aber der Schuss kommt nicht mal in Richtung Tor. Ja. Noch ohne Abschluss bisher. Kruse mit gutem Einsatz. Kainz. wieder nicht gut. Defensive in Hamburg. Gut sortiert. hier zumindest. Hier zumindest. Müller. Müller gegen Garcia. Garcia gut. Gewinnt diesen Zweikampf. Was? Hä? Der Torwart macht gar nichts in dem Moment. Verstehe ich jetzt auch nicht so genau. Selassie. Clemens Fritz. Der zu Parkfrede. Nachspielzeit läuft. Halbzeit 0 zu 0. Aber auch wirklich mit mega viel Glück halten wir hier vier Minuten lang plus Nachspielzeit die 0. nun denn ich überlege gerade sollen wir jetzt schon reagieren also die Zeit vergeht ja ziemlich schnell von Batchels bisher nicht viel zu sehen wir nehmen mal Gnabry rein und ansonsten lassen wir alles erstmal so das glaube ich so ganz gut okay weitere vier Minuten gilt es zu überstehen bevor wir dann wenigstens einen Punkt hätten Gnabry und ach der Ball kommt wieder nicht an muss man schon sehr gut passen Barkfrede Kruse nochmal Kruse Na immerhin mal so ein Schuss Adler allerdings ohne Probleme kann man diesen Ball abwehren Alilovic Nikolai Müller Na sogar gut verteidigt hier Sadko Junozovic Max Kruse Max Kruse kann man sich vielleicht mal durchsetzen hier Richtung Außenlinie und immerhin der nächste Einwurf pro Werder das war das war das war nicht gut der ein Ball verspringt Parkfrede Spahic Kostic noch knappe 30 Minuten Sakai Sakai Nikolai Müller Sakai Sakai immer noch Sakai der Pass aber der kommt nicht an zum Glück kann man da nur sagen Gnabry Philipp Barkfrede Sadko Junozovic schätze ich da durch stark und dann immerhin Einwurf es gibt wieder Zeit also wir haben zwar keine Chancen aber immerhin halten wir die Null bis hierhin aber die Ballverluste immer viel zu leicht das muss anders und besser werden vor allen Dingen Louis Holtby ein jung Kostic na der passt nicht so schlecht Moisander aber da Clemens Fritz Stratko Junozovic das war ein Foul oder würde ich auch mal so sagen kann man fast sogar schon gelb viel geben auch wenn es das erste Foul war sieht es mal aus die erste gelbe im Spiel für Louis Holtby da gibt es mal Zunder ich finde auch hier in dem Spiel werden die gelben manchmal auch die roten Kartons etwas zu schnell gezogen Selassie immerhin mal eine Flanke die allerdings ohne Wirkung verpufft Nikolai Müller das war zu einfach gut gemacht von Kainz Max Kruse nochmal Kruse ach man ich will da mal durchwaschen aber das geht nicht so einfach leider Kostic 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 der Ex-Bremer Kostic aber Bargfrede ist da die letzten Minuten laufen kein Tor bis hierhin Stratko Junozovic Ach Mensch es ist nicht einfach da durchzukommen ganz ehrlich vor allen Dingen da ich defensiv aufgestellt bin mit defensiver Grundordnung dann ist es noch schwieriger allerdings sonst kriegen wir die Hütte voll vermutlich zumindest so die letzten Sekunden des Spiels laufen holt B und da ist Wiedwald auf jeden Fall da wichtig und jetzt die wahrscheinlich letzte Chance der Partie Wiedwald und das war's keine Tore 0 zu 0 zwischen uns und dem HSV immerhin wir haben nicht verloren es waren zwar nur 2x4 Minuten aber immerhin 8 Minuten lang kein Gegentor ist okay allerdings hatten wir offensiv dafür auch wirklich keinerlei Aktion wir hatten 2x wirklich Glück gehabt dass da kein Tor gefallen ist aber Hauptsache gewonnen bzw. der gefühlte Gewinner das ist ja auch schmal viel wert so achso wir können sogar noch weitermachen natürlich das habe ich jetzt natürlich ganz vergessen ähm Goal and Goal oder klassisch oder Elfmeterschießen einfach mal oder ich würde mal sagen wir machen mal einfach Elfmeterschießen so Kruse beginnt dann Junuzovic ähm wer ist da noch ganz gut im Elfmeterschießen keiner hat gute Werte bis auf Kruse und Junuzovic nehmen wir mal Garcia Gnabry achso man kann nur die ersten 5 quasi in die Reihenfolge bringen lassen wir es einfach so so kann ich das einfach bestätigen oder so ja kann man sehr gut dann geht es mal direkt los ich habe allerdings keinen Plan wie ich da den Torwart steuern muss einfach mit dir stehen bleiben wahrscheinlich ne ne Erwin Hunt trifft und jetzt Latko Junuzovic ah Tor 1 zu 1 Lasaka und ich hoffe mal er schießt direkt in die Mitte ne auch nicht gut platziert und jetzt muss das klappen boah in die Mitte reingehämmert Nikolai Müller was wird der jetzt fabrizieren boah Pfosten und Tor oh man oh man oh man und das nächste Tor bisher treffen alle die Torhüter sehen oft ziemlich doof aus 3 zu 3 nach Toren noch 2 auf jeder Seite was wird passieren boah Pfosten das war kein Tor damit haben wir jetzt die Gelegenheit und aber Adler hält auch und aber vor allen Dingen oh nö toll und der nächste Fehlschuss von Louis Holby das müsste heißen dass wir jetzt die Chance haben das Spiel zu gewinnen Clemens Fritz der Kapitän nein warum wollte ich doch gar nicht da sollte er nicht hin zielen es sollte ein Schuss in die Mitte werden lol aber Wiedwald hält auch weil ich nichts gemacht habe so jetzt haben wir wieder die Chance in die Mitte will ich schießen ja so halbwegs wir haben gewonnen Freunde von wegen nur unentschieden jetzt haben wir sogar das Spiel wenn man das so auslegt gewonnen wie krass ey wenn das mal kein äh Doppelsieg ist würde ich mal sagen da sehen wir nochmal den Siegtreffer von Kainz Hammer Super Freunde dann würde ich mal sagen soll es das mal gewesen sein für diesen Part hat mich sehr gefreut hat Spaß gemacht und beim nächsten Mal geht es dann weiter ich bin mal sehr gespannt was ihr da so viele Vorschläge habt also bis zum nächsten Mal bis dahin macht es gut von Kainz Vielen Dank.